Mal gucken, was die neue Shotgun kann. Das ist auf jeden Fall deutlich schneller. Läuft schon einfacher. Immer noch nicht einfach, aber einfacher. Dass ich hier nicht speichern kann, ist auch komisch, aber was soll's. Ist es auch ein neues Gewehr? Oh. Shotgun. Shotgun, Shotgun, Shotgun. Müsste nicht hier irgendeiner kommen und uns angreifen. Von hier, okay, kommt, kommt. Kommt zu mir. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Irgendwie wollen die nicht kommen. Die sind von hier gekommen, oder? Könnte ich bitte hier hoch? Danke. Okay. Hm, hm, hm. Bam. 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 Das war's. Das war's. Da geht's doch schon viel einfacher. Garus, könntest du... Danke. Das ist doch schon viel, viel einfacher. Ich weiß ja, was passieren wird. Oh, der erste steht schon auf. Der zweite steht schon auf. Ich hab ne Shotgun. Kommt, ihr Wichsers. Das ist nicht die Shotgun. Ich warte doch nicht die Shotgun. Bam. Hey. Was mir gar nicht geblockt wurde, verstehe ich auch nicht. Bam. Aufpassen, wir die aufstehen. Da steht nämlich schon der erste auf. Und liegt auch schon wieder. Warum? Weil ich der Chef hier bin. Komm. Liegst. Du liegst. Du liegst. Stehst du auf? Stehst du auf? Stehst du auf? Bam. 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 Komm, komm, komm. Bam. Biss. Wer will Stress? Kommst du her? Komm. Komm. Ach, Biss. Ach, ich leb noch, ich leb noch. Ich leb noch, ich leb noch. Ich habe Minecraft kaputt gemacht. Könnte ich ein Stunkewerb bitte bekommen? Danke. Fähigkeit 3. Fähigkeit 1. Fähigkeit 2. Lass mich vor. Alter. Nicht so weit vor. Warum? Häufig. Ihr steht mir ein bisschen im Weg. Du musst sterben. Nein. Danke. Fähigkeit 4. Fähigkeit 3. Hallo. Alter, weißt du, dieses Vorgerinne macht überhaupt gar keinen Sinn. Taktische Kriegsführung am Arsch. Ja, ich bin erstmal überwitzig. Du musst sterben. Ich glaube nicht. Oh, fuck. Ich bin schon wieder gelähmt. Ich habe auch diesmal gar keine Granate geworfen. Was war denn der Shit? Okay, wieder der gleiche Trick. Spielstand 34. Ich hoffe, das fällt nicht unterscheiden. Laden. Spielstand 34, bitte. Und sag mir, ich bin da nicht gelähmt, weil sonst wird es echt zäh. Noch mehr von den Scheißdingern. Boah, bitte lass es mich schaffen. Danke. Mensch. Kroganer. Nehmen wir. Nichts. Gut, Ausrüstung. Hier. Gott. Wo haben wir das? Das hat ja nur 8. Okay. Rex. Kann auch endlich mal eine Errüstung bekommen. Yep. Ich dachte schon, es sei eine normale wäre. Mehr aber auch nicht. Sonst. Naja. Bam. Einmal drauf. Siehst du, da stehen die schon auf. Du liegst. Ich sehe nichts mehr. Schieß. 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 Jungs, könnt ihr entweder angreifen oder näher aus dem Weg gehen. Ihr könnt wieder aufstehen, Jungs. Danke. Gleich geht es weiter. Ah, kommt. Macht ihr. Oder was? Oh, der ist verdammt nah. Ach, Surgs. Boing. 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 Ah, der ist verdammt. Na los, Sto- 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 Er kann aufstehen, Jungs. Ja, die kommen uns entgegen. Keine Angst. Aber Schild würde ich trotzdem gerne mal benutzen. Aber irgendwie will das Spiel das nicht. Du musst sterben! Boah, die geht mir so auf den Sack. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weißt du, wie trifft die mich denn? Dann warum trifft die mich? Schildgang, mein Gott. Ahm. Boah, ey. Ich lasse hier noch aus. Danke. Strunk. Ich meine, die Struttflinte kann ich ja eigentlich lieber benutzen. Nee. Na, was soll's. Nein. Äh. Erste Hilfe. Pff. Ich benutze aber nicht. Ja, komm. Hier. Bis ich... ...irgendwie herausgefunden habe, wie ich dieses Erste Hilfe am besten auf die 5 ziehen kann. Aber das kann doch dauern. Hä? Ich müsste hier doch so einen Punkt haben, den ich abballern kann. Hier habe ich ein Ei. Genau da müsste ich eigentlich ja einen Punkt haben. Ach da. Ähm. Hier komm... Doch, hier komme ich weiter. Tatsache. Ja, ihr schlaft noch. Du schläfst auch noch. Bäm. Von hinten. Ach, jetzt. Jetzt könnt ihr auf einmal. Ich muss weg... Bäm. Ich muss weg... Bäm. Ja, ihr schlaft. Das ist ein kleines Erachtens. Bäm. Ich muss weg. Bäm. Bäm. Eeeeee... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schießt! Weißt du, hier kann ich nicht speichern. Nein, natürlich nicht. Ich kann das speichern, nachdem ich wieder gestorben bin. Die geforscht Gesicht hat er aus dort. Du musst sterben! Weißt du, die letzte ist die Pistole. Die war richtig gut, die ich bekommen habe. Oh, Satze. Darf ich speichern? Nein, darf ich nicht. Fuck. Was denn nicht? Nein, ich darf nicht speichern. Warum denn nicht? Das Ding wird bald erledigt, weil noch ein paar zumindest, glaube ich das. Ich komme aber nicht von hinten. Wieso kann ich die auch nicht von... Kann ich ausnahmsweise. Guckt euch an, wie die auf mich zudrinnt. Ohne Sinn und Verstand. Zum Glück habe ich diese Shotgun. Wieso kann ich meine Fähigkeit Nummer 2 nicht benutzen? Könnte ich jetzt bitte Fähigkeit Nummer 2 benutzen? Nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt vielleicht speichern? Nein, kann ich auch nicht. Oh Gott. Ich kann immer noch nicht speichern. Jeha. Und die stehen gleich auf. Guck da. Ja. Abkühlen. Und daneben ballern. Wie so ein Vollidiot. Alter, diese Dinger machen mich fertig. Ich kann es nicht in Worte packen. Die machen mich einfach nur fertig. Mir ging es selten in einem Spiel so. Wie jetzt, aber die machen mich einfach wirklich mental fertig. Ich kann speichern. Danke. Danke.